Warum geht ein Young Professional von einem coolen, hippen Startup zu einer Landesbank? Ich bin Yannick Ullmann, 28 Jahre alt. Ich bin bei der Helaba für die Sparkassen und Mittelständler in Hessen zuständig. Gerade meine Tätigkeit im Startup kann ich natürlich auch hier einbringen bei der Helaba. Viele Sparkassen oder Mittelstandsunternehmen fragen sich auch gerade, wohin mit der digitalen Transformation. Und genau da hat die Helaba ein Tochterunternehmen gegründet, die Helaba Digital, die in junge Startups investiert, die die Digitalisierung der Helaba selbst vorantreibt. Und solche Initiativen müssen einfach noch weiter vorangebracht werden. Und genau da kann man ansetzen. Und ich glaube, dass gerade dann mein Profil da auch vielen Sparkassen und Mittelständlern helfen kann. Besonders reizvoll an der Helaba finde ich, dass man trotz eines jungen Alters schon so eine verantwortungsvolle Aufgabe übergeben bekommt. In dieser Aufgabe kann ich wachsen, kann ich mich entwickeln, von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen lernen, die eine Mega-Erfahrung haben, Mega-Know-How mitbringen, haben ein sehr, sehr breites Produkt-Know-How und sehr, sehr breites Know-How im Banking-Bereich. Und bei der Helaba merkt man, dass man unter Kolleginnen und Kollegen ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis pflegt. Ich komme von einem Startup, wo die Dudes-Kultur gegeben ist, wo man sich versteht. Und so ist mein Gefühl bei der Helaba bisher auch. Von meinem neuen Arbeitgeber, der Helaba, erwarte ich auch mutig zu sein, die digitale Transformation weiter voranzutreiben. Die Werte, die die Helaba bisher bekleidet haben und so stark gemacht haben, wie Stabilität, Verlässlichkeit, Resilienz, sollten man auch in die Zukunft transportieren. Aber auch beim Thema Nachhaltigkeit weiter noch zu arbeiten und sich immer weiter zu verbessern. Für meine persönliche Zukunft bei der Helaba wünsche ich mich, mit Know-How aufzubauen und damit auch meine Stärken ins Team einbringen zu können und über die spätere Laufbahn dann zum Beispiel auch mit meinen Vorgesetzten, aber auch mit meinen Mentoren, die es bei der Helaba gibt, meinen ganz persönlichen Weg zu gehen und dann vielleicht auch irgendwann mal in Führungsverantwortung zu kommen. Ihr seid neugierig geworden? Schaut doch auch einfach mal auf unsere Website vorbei. Dort findet ihr aktuelle spannende Ausschreibungen, egal ob ihr eine Ausbildung machen wollt, ein Praktikum, vielleicht sogar Werkstudent oder auch ein aktuelles Trainee-Programm. Schaut einfach mal vorbei. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung.